Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur sechsten Sitzung des Seminars Herabsetzen, Schmähen und Beleidigen, Sprache und Invektivität. Wir wollen uns mit lexikalisch-semantischen Analysen von Schimpfwörtern besprechen, also die erste Sitzung, die im engeren Sinne linguistische Theorien der Invektivität behandelt. Ja, doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung, in der wir uns mit Krämers Philosophie der sprachlichen Gewalt beschäftigt hatten und das auch Kontroversen angeregt diskutiert hatten. Krämer weist uns darauf hin, dass sprachliche Gewalt sich grundlegend von physischer Gewalt unterscheidet, zum Beispiel darin, dass verletzende Sprache immer noch interpretationsbedürftig ist und natürlich auch kontextabhängig ist, sie also nicht so unmittelbar und direkt und ohne das Zutun der Getroffenen wirkt, wie zum Beispiel physische Gewalt im Sinne von Armbrechen, Zähne einschlagen und so weiter. Wir hatten gesehen, dass wir mit Judith Butler und anderen von einer gewissen Sprachlichkeit des Menschen ausgehen können, also in unserer Subjekthaftigkeit sind wir sprachlich konstituiert und eben das macht uns natürlich auch verletzlich. Ja, und das ist sozusagen der Kern der Theorie, dass Sprachlichkeit und Verletzlichkeit eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Und das Ganze kann man noch zusammenführen mit der Idee einer Doppelkörperlichkeit des Menschen. Wir haben den physisch-leiblichen Körper, aber auch den sozial-symbolischen Körper und gerade dieser ist der Angriffspunkt für sprachliche Gewalt, dass wir dann von unserem angestammten sozialen Ort verdrängt, ausgeschlossen, degradiert, herabgesetzt werden und so weiter. Was aber, wie wir auch gesehen haben, durchaus auch mit körperlichen Folgen einhergehen kann. Also sprachliche Gewalt kann auch tatsächlich körperliche Konsequenzen haben. Da gibt es also vielfältige Schnittstellen. Auch müssen wir ja sagen, dass auch körperliche Gewalt durchaus auch symbolisch verletzend sein kann. Ja, nicht umsonst ist die Ohrfeige als eine Form der körperlichen Gewalt auch immer eine Form der Entehrung gewesen. Gut, wir hatten gesehen bei Krämer, dass es also nicht wirklich ein Lexikon der verletzenden Sprache gibt. Das wäre Krämers These, dass es also kaum, dass eigentlich kein Wort gibt, was immer und ausnahmslos verletzend wirken würde. Aber trotzdem haben wir natürlich sowas wie Schimpfwörter, denen doch sowas wie eine verletzende Kraft in besonderem Maße eingeschrieben ist, wo also die Verletzung irgendwie schon zur Bedeutung der Worte dazugehört. Und hier setzt nun das Thema an, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Zunächst mal in wenigen, wenigen Pinselstrichen was sagen zum Thema lexikalische Semantik allgemein. Das ist der Ausgangspunkt. Da werden Sie sich bestimmt noch daran erinnern, aus den Einführungskursen, aber nochmal das Allerwichtigste kurz zusammengefasst. In einer klassischen semantischen Theorie würden wir mit semantischen Merkmalen arbeiten. Also wir fragen uns, was bedeutet ein Wort und dann haben wir da bestimmte semantische Merkmale. Zum Beispiel wäre die Bedeutung von Frau, dass es sich um einen Mensch handelt, der weiblich ist. Also diese beiden semantischen Merkmale, die müssen gegeben sein. Das Ganze kann man dann testen in sogenannten semantischen Tests, indem man mal ein Merkmal gezielt negiert mit so einer Aberkonstruktion. Und dann sehen wir, dass es widersprüchlich ist. Ja, sie ist eine Frau, aber sie ist nicht weiblich. Zumindest solange wir uns in den heteronormativen Diskursen bewegen und nicht von Geschlechter Non-Binarität ausgehen. Ja, also ganz orthodox, klassisch, konservativ. Dann wäre das hier ein widersprüchlicher Satz. Und so könnte man dann die klassische Bedeutung von Frau beschreiben. Und der zweite wichtige Punkt, den ich nochmal in Erinnerung rufen möchte, betrifft die wahrheitskonditionale Bedeutungstheorie. Das ist Ihnen auch in dem Text von Technow verschiedentlich begegnet und für den Fall, dass Sie damit nichts anfangen können, hier nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt nämlich aus der Logik herkommend, aus der Sprachphilosophie herkommend die Idee, Bedeutung über Wahrheitsbedingungen von Aussagen zu definieren. Zunächst mal hier mit einem geradezu trivialen Beispiel. Ein Satz wie, mein Nachbar ist Ingenieur, ist dann wahr, wenn mein Nachbar tatsächlich Ingenieur ist. Ja, das klingt jetzt wie gesagt total banal. Allerdings müssen wir uns klar machen, dass hier sozusagen im Kern eine Bedeutungstheorie drinsteckt, die wir folgendermaßen beschreiben können. Mein Nachbar ist Ingenieur. Dieser Satz bedeutet das, was der Fall sein muss, damit mein Nachbar ist Ingenieur wahr ist. Ja, also die Bedeutung und die Bedeutung eines Satzes und die Wahrheitsbedingungen eines Satzes, die fallen hier in eins. Eine Theorie, die auf Moritz Schlick zurückgeht, Tarski, der frühe Ludwig Wittgenstein und solche Leute, falls Sie davon schon mal was gehört haben. Das ist im Wesentlichen der Kern der Semantik in einem ganz engen Sinne. Ja, und jetzt haben wir aber das Problem, in Anführungsstrichen, dass es noch zusätzlich zur Semantik die Pragmatik gibt. Die Pragmatik ist mal definiert worden als alles an der Bedeutung, was über Wahrheitsbedingungen hinausgeht. Ja, es ist nämlich so, dass Bedeutung, wenn wir sie mal so fassen, als das, was wir zu verstehen geben, wenn wir sprechen, das erschöpft sich eben gerade nicht in der wahrheitskonditionalen Semantik. Da gibt es so ein paar klassische Beispiele, typisch zum Beispiel Implikaturen. Nehmen Sie so einen Satz wie Krieg ist Krieg. Wenn wir ihn nur rein auf die Wahrheitsbedingungen reduzieren, dann ist dieser Satz notwendigerweise wahr. Denn A ist A, wir können hier alles einsetzen. Ja, ein Handy ist ein Handy zum Beispiel oder ein Brillenputztuch ist ein Brillenputztuch. Egal, wir können einfach alles einsetzen. Es bleibt notwendigerweise wahr und deswegen bedeutet es eigentlich nichts. Aber natürlich können wir mit Krieg ist Krieg sehr wohl etwas zu verstehen geben, im Sinne von, egal ob aus guten oder aus schlechten Absichten, Krieg ist Krieg, da werden immer Menschen zu Schaden kommen und deswegen ist Krieg abzulehnen oder irgendetwas in der Art können wir zu verstehen geben. Dann nehmen wir mal so einen Satz wie, der Kapitän ist heute nüchtern. Ja, stellen Sie sich vor, das wird von Matrosen geäußert. Dann ist damit zu verstehen gegeben, dass er normalerweise nicht nüchtern ist. Ja, sowas wie im Gegensatz zu sonst, wo er betrunken ist, typischerweise ist er heute mal nüchtern. Das ist wörtlich so nicht gesagt, aber zu verstehen gegeben und allein von den Wahrheitsbedingungen ist das nicht abgedeckt. Denn die Wahrheitsbedingungen, also der Satz, die Wahrheitsbedingungen heißen einfach nur, dass er heute nüchtern ist und über alles andere wird nichts gesagt. Ja, aber trotzdem geben wir das zu verstehen. Das wären Implikaturen. Ja, und dann haben wir jetzt eben auch den Fall, dass wir Beleidigungswörter haben und die fügen sich auch nicht so richtig in die wahrheitskonditionale Semantik. Und das ist der Ansatzpunkt für die vielen, vielen Diskussionen, die in der Sprachphilosophie, aber eben auch in der Semantik und in der Linguistik zum Thema Beleidigungswörtern geführt werden. Nehmen wir mal so einen Satz wie, die Frau da drüben kenne ich. Ja, den können wir jetzt wahrheitskonditional beschreiben. Wenn ich die Frau da drüben kenne, dann ist dieser Satz wahr. Ja, und dementsprechend bedeutet der Satz das, was der Fall sein muss, damit der Satz wahr ist. Jetzt nehmen wir mal so etwas, dass wir statt Frau die Tussi da drüben kenne ich sagen. Ja, wir sehen, dass die Wahrheitsbedingungen immer noch die gleichen sind. Ja, also rein von den Wahrheitsbedingungen sind die beiden Sätze identisch. Trotzdem sind sie natürlich was anderes. Ja, wir geben damit mehr zu verstehen. Ich gebe mit die Tussi da drüben noch zusätzlich zu verstehen, dass ich eine Abneigung habe gegen diese Frau, dass die mich irgendwie stört und so weiter. Aber eigentlich sind die von den Wahrheitsbedingungen her gleichbedeutend, Tussi und Frau. Ja, und diesen Unterschied müssen wir versuchen zu erklären. Und das Ganze wird üblicherweise getan, indem wir unterscheiden zwischen expressiver und deskriptiver Bedeutung. Die deskriptive Bedeutung ist das, was sich wunderbar erfassen lässt über die Wahrheitsbedingungen, dass wir also über Zustände da draußen in der Welt Aussagen treffen, auf Gegenstände und Sachverhalte referieren nach bestimmten semantischen Regeln. Aber Schimpfwörter haben ebenso die Idee, eine expressive Bedeutung, zumindest eine expressive Teilbedeutung. Nehmen wir mal so einen Satz wie, da drüben sind letzte Woche Franzosen eingezogen und ich mag Franzosen. Es ist völlig akzeptabel, wenn wir hingegen statt Franzose einen Ethno-Faulismus einsetzen. Ethno-Faulismus ist hier der Fachterminus für Schimpfwörter, die sich auf ganze Bevölkerungsgruppen oder ethnische Gruppen, Nationalitäten und so weiter beziehen. Denken Sie sich einen aus, ich möchte es hier nicht wiederholen, aber denken Sie sich doch mal ein Schimpfwort für Franzosen aus und sagen, da drüben sind letzte Woche XY eingezogen und ich mag XY, dann wird es irgendwie schräg. Es wird irgendwie widersprüchlich, denn Sie geben mit diesem Ethno-Faulismus ja schon zu verstehen, dass Sie dagegen eine Abneigung haben und dann könnte es allenfalls noch ironisch verstanden werden. Das wäre also die expressive Bedeutung. Die expressive Bedeutung liegt auch hier vor. Mein Nachbar ist ein Arschloch. Auch hier gebe ich meine Abneigung gegenüber dem Nachbarn zu erkennen. Allerdings, jetzt halten wir hier nochmal dagegen ein, mein Nachbar ist ein und setzen Sie hier den gleichen Ethno-Faulismus ein wie oben. Mein Nachbar ist ein XY. Dann sehen wir, dass damit mehr gesagt ist als nur die Abneigung. Sondern Sie machen natürlich auch eine Aussage über seine Nationalität, seine Herkunft, seine ethnische Zugehörigkeit, irgendwas in der Art und zusätzlich noch, dass Sie es ablehnen. Das heißt, zusammengefasst, Beleidigungswörter haben eben beides, ja, deskriptive und expressive Bedeutungsanteile. Das ist in den allermeisten Theorien aus Linguistik und Sprachphilosophie sozusagen das Angebot, das Theorieangebot. Und dann unterscheidet es allerdings sehr in den Details. Entscheidend ist nun, um es nochmal anders zu sagen, dass wir es hier wirklich mit Bedeutung zu tun haben. Also etwas, was nicht nur rein über die Assoziationen funktioniert oder nur rein kontextabhängig ist, sondern die Idee ist schon bei diesen Theorien, Wir haben es hier, es handelt sich hier um einen Teil der konventional abgesicherten Bedeutung, die auch in unserem mentalen Lexikon entsprechend abgebildet sein muss. Und eine übliche Herangehensweise ist, diese Bedeutung über das Wissen zu konzeptualisieren, ja, über die Kompetenz, die wir brauchen, um Leute korrekt verwenden zu können, ja. Um korrekt verwenden zu können, um korrekte Aussagen bilden zu können, um in verständlicher und nachvollziehbarer Weise auf Sachverhalte, Gegenstände, Personen referieren zu können. Kurz gesagt eben, um sie korrekt gebrauchen zu können. Und die Idee nun, insbesondere bei TechNow, ist die, dass das Wissen um die pejorative Bedeutung von Beleidigungswörtern ist eben eine Voraussetzung für den korrekten Gebrauch. Also wenn wir nicht wissen, dass Tussi ein Beleidigungswort ist und dass sie damit Ablehnung zu verstehen geben, dann werden sie es nicht korrekt verwenden können. Und wir können uns natürlich Fälle vorstellen, zum Beispiel von Deutschlernenden, ja, die das nicht wissen, die immer nur das Wort Tussi hören, ja, und dann eben in anderen Kontexten dann von einer Tussi, Tussi berichten, weil sie einfach nur glauben, damit kann man einfach einen Wert neutral auf Frauen Bezug nehmen, ja, dann wird es eben nicht hinhauen. Dann ecken sie an und das wäre sozusagen ein nicht korrekter Gebrauch. Und insofern ist es ein Teil der Bedeutung, allerdings eine Bedeutung, die wir über Begriffe des Gebrauchs theoretisch fassen müssen. Das sind also in aller Kürze die Grundlagen, über die Details wollen wir dann sprechen. Es gibt natürlich ein paar Anschlussfragen, die jetzt interessant sind. Denn wir finden natürlich, dass Beleidigungswörter nicht immer beleidigend sind. Das können wir bei Krämer auch nachlesen und auch im Alltag beobachten. Wir alle benutzen gerne mal beleidigende Wörter, ohne dass wir sie beleidigend intendieren und ohne dass sie als beleidigend aufgefasst werden. Wir kennen den In-Group-Gebrauch, das N-Wort. Wenn das von insbesondere im amerikanischen Raum, wenn das von People of Color verwendet wird, hat das eine andere Funktion, als wenn es von Nicht-People of Color verwendet wird. Und wie können wir das erklären? Also was braucht unsere Theorie, damit wir dieses wichtige Phänomen beschreiben können? Wir müssen uns fragen, welche Rolle Emotionen eigentlich beim Gebrauch und beim Verstehen von Schimpfwörtern spielen. Ja, expressive Bedeutung, das deutet schon darauf hin, dass es um Emotionen geht. Aber wie genau ist das zu fassen? Und welche Aspekte des priorativen Gehalts stecken nun eigentlich wirklich in der Bedeutung des Beleidigungswortes? Ein bisschen was auf jeden Fall, das ist die Theorie. Aber natürlich gibt es auch noch kontextuelle Diskursgebunden und möglicherweise auch individuelle Aspekte. Also welche Normalitätsvorstellungen und Stereotype werden eigentlich aufgerufen? Wir alle, Sie alle wissen, dass zum Beispiel das N-Wort ja auch eine lange, lange Tradition hat, auf eine lange Diskriminierungsgeschichte zurückblicken kann. Und dass damit bestimmte Stereotype transportiert werden, mit denen den People of Color in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Und wie viel davon steckt nun wirklich in der Bedeutung des N-Wortes drin? Und was hingegen müssten wir eher auf der Ebene einer Diskurssemantik verankern? Denn das sind alles Detailfragen, die in der Forschungsdiskussion sehr kontrovers diskutiert werden. Das soll ein erster Einblick sein, um Sie vorzubereiten, auch auf die Lektüre des Textes. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.